So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Wir haben gerade noch die Raidmania gestreamt, also die Raidstunde mit Dioxys. Ihr habt eingeladen, hat richtig Spaß gemacht, war sehr abwechslungsreich und ich habe ein weiteres 100% Dioxys bekommen in der Angriffsform von der Einladung von Aquanagirl. Das war richtig cool. Hier haben wir jetzt den Community Day im September. Kiesling, endlich ist es soweit. Nächste Woche Sonntag ist schon der Community Day. Bisher wussten wir nicht, was es ist. Wir kannten nur das Datum. Alle so, ja Lichtl, Lichtl wäre eher ein Kandidat für den Oktober. Jetzt ist aber erstmal September und es ist Kiesling. Findet ihr das gut, findet ihr das schlecht, freut ihr euch, braucht ihr noch das Shiny? Das ist jetzt das Thema. Sonntag, 18. September von 14 bis 17 Uhr, Kiesling. Ich muss sagen, es ist kein neues Shiny. Ich mag die Community Days, wo ein Pokémon neu als Shiny eingeführt wird, was bei Lichtl der Fall wäre. Kiesling gab es aber schon. Kiesling wurde mal zu einem Gesteinsevent, glaube ich, eingeführt. Ich habe die Kiesling-Familie schon voll als Shiny. Da geht es also um nichts. Kiesling ist schon so ewig dabei. Ich habe einen Hunderter. Ich habe einen Progoloss auf Level 50, glaube ich. Das heißt, ich kann den C-Day komplett entspannt, gemütlich angehen und nach ganz langer Zeit, weil ich eher alleine bin und es ein Sonntag ist, wohl drei Stunden lang den C-Day komplett von zu Hause aus, hier im Sitzen mit einem Log-Modul und Rauch streamen. Und wer da Bock hat, zwischendurch mal reinzugucken, können wir die Zeit auch nutzen, mal für Interaktionen, PvP nebenbei und gemütliches Fang, Quasseln, Quatschen. Freue ich mich also trotzdem drauf. Musste dir keinen Stress machen, als wenn was ganz Neues da ist. Du die Shinies brauchst, du die Bonbons brauchst, alles andere. Wilde Kiesling erscheinen vermehrt. Mit etwas Glück, auch schillernd, ja, Progoloss erlern die exklusive Attacke Meteorstrahl. Trainerkämpfe 120 Schaden, Arena-Kämpfe, Raid-Kämpfe 140 Schaden. Entwickelt sie die Manntour während des Events oder bis zu fünf Stunden danach, damit euer Progoloss die Ladattacke Meteorstrahl erlernt. Ich würde das höchste Shiny, was ich dann habe, natürlich durchentwickeln für die Attacke. Mal gucken, ob ich noch ein Hunder da rumliegen habe, was ich entwickeln kann für die Attacke. Ob die Attacke jetzt gut oder schlecht ist und das irgendwie richtig brauchbar macht, ich glaube eigentlich noch nicht dran, oder? Bisher ist Progoloss als Gesteinsangreifer eigentlich nie großartig aufgetaucht. Ich werde aber natürlich mir wieder die Spezialforschung zum Community Day Rock'n'Roll holen, beziehungsweise gibt es ja sicherlich auch wieder die Möglichkeit, dass ihr diese verschicken oder verschenken könnt an eure Freunde. Bis jetzt, seitdem dieses Feature eingeführt war, hat mir jeden C-Day jemand das Ticket geschenkt. Vielleicht auch dieses Mal, mal gucken, wer zuerst dran ist. Ich weiß jetzt ja auch, wo man das einsehen kann, von wem das ist. Wenn mir jemand eins schenkt und ich das sehe in diesem Neuigkeiten-Tagebuch-Dings, werde ich das abscreenen und ab jetzt dann auch immer bei Raider Mittwoch mitzeigen und mich bedanken, wer mir so dieses 1-Euro-Ticket geschenkt hat. Ihr müsst das nicht tun, ihr könnt es auch anderen Leuten schenken, die es nötiger haben. Ich habe so viel Liebe für das Spiel übrig, dass ich diesen 1 Euro im Monat auch selbst aufbringen würde. Wie immer gibt es dann hier natürlich ein paar Items wieder. Da gibt es bestimmte Encounter, denen ihr begegnet. Bisher hat es sich also eigentlich immer gelohnt. Ihr habt die Endentwicklung dann direkt im Fangbildschirm, auch bei so einer 1-Euro-Forschung. Also ist eigentlich ganz cool, lohnt sich meiner Meinung nach. Event Boni. Eier, die während des Events in die Brutmaschine gelegt werden, schlüpfen 4-mal so schnell. Werde ich nichts von haben, wenn ich hier sitze und mich nicht bewege. Doppelte Fang-Bomb-Boms. Ja, wer Bomb-Boms davon braucht. Während des Events aktivierter Rauch hält 3 Stunden lang. Sieh, der geht ja auch nur 3 Stunden. Ein zusätzlicher Spezialtausch, das heißt maximal 2 pro Tag. Das ist cool. In der letzten Jahreszeit konnte man ja sowieso jeden Tag 2 Trades machen. Und da einen zusätzlich am C-Day, also dann 3. Jetzt haben wir nur noch 1. Können am C-Day aber wieder 2 machen. Doppelt so hohe Chancen auf XL-Bomb-Boms beim Fangen von Pokémon für Trainer ab Level 31. Während des Events aktivierte Log-Module halten 3 Stunden. Macht während des Community-Days ein paar Schnappschüsse. Eine Überraschung könnte euch erwarten. Wahrscheinlich ein Schnappschuss und dann ist trotzdem auch wieder dann ein Kießling da. Das Schnappschüsse ist das, was ich jedes Mal vergesse am C-Day. Und tauschen kostet 50% weniger Staub. Klar, viele Leute fahren für einen C-Day in die nächstgrößere Stadt, laufen da rum. Sehen andere Leute, die auch da rumlaufen, perfekter Zeitpunkt mit Fremden sich zu connecten und zu sagen, Hey, ich suche schon immer einen Shiny Pikachu, Wrestler Pikachu. Und der andere sagt, ach, ich habe da 3 Stück. Willst du eins haben? Hier kostet ja auch weniger Staub jetzt zum Tauschen. Hier habe ich zwar schon einen Spezialtausch gemacht heute, aber ich habe ja 2 durch den zusätzlichen. Also so ist es sicherlich gedacht, dass man das so machen kann. Es gibt auch wieder Raid-Kämpfe, Bonus-Raid-Kämpfe. Von denen habe ich bisher noch nie was gehalten. Finde ich auch jetzt wahrscheinlich unnötig. Außer Leute, die halt bei sich gar nichts haben. Die deswegen aber auch den Raid wahrscheinlich nicht schaffen, weil sie ganz alleine dastehen und da nichts ist. Und wahrscheinlich nicht mal eine Arena haben, wo der Raid überhaupt auftauchen kann. Und da, wo richtig was los ist, ist man eigentlich nicht darauf angewiesen, den dann über so einen Raid noch zu verlängern. Habt ihr schon mal so einen Vierer-Raid gemacht an einem Community Day? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten, wie ist das jetzt hier? Bonus-Raid-Kämpfe nach dem Community Day. Von 17 bis 22 Uhr. Auch am Sonntag, den 18. September. Der Spaß ist nach den drei Stunden noch nicht vorbei. Im Anschluss könnt ihr besondere Raid-Kämpfe der Stufe 4 bestreiten. Wenn ihr siegreich aus dem Kampf hervorgeht, erscheinen im Umkreis der Arena 30 Minuten lang weitere wilde Kießling. Sedimantur erscheint in Raids der Stufe 4. Beitritt mit Fern-Raid-Pässen ist nicht möglich. Ihr könnt also niemanden einladen. Ihr könnt nicht über die Ferne drauf zu. Ihr müsst direkt dann dort dran stehen. Ist ja auch sinnvoll, weil ja um diese Arena, wo ihr steht, die Viecher erscheinen. Wenn ihr jetzt seht, ah, da hinten ist ein Raid. Ich geh mal mit dem Fern-Raid-Pass rein. Und da drüben sind dann die ganzen Pokémon. Und ihr steht dann am anderen Ende der Stadt. Ist ja Quatsch. Bonus für den Sieg in Raid-Kämpfen der Stufe 4. Das ist ja eigentlich dasselbe, was oben schon stand. 30 Minuten lang um ein 300 Meter Radius um die Arena herum. Mit Glück begegnet ihr einem schillernden Exemplar von Kießling. Kießling, die unter diesen Umständen erscheinen. Besteht die gleiche Wahrscheinlichkeit auf ein schillerndes Pokémon wie bei den Kießling, die während des dreistündigen Community-Day-Zeitraums erscheinen. Es ist also einfach nur in die Länge ziehen natürlich von dem ganzen Community-Day. Sucht ihr nach einer Gruppe. Wenn ihr auf der Suche nach anderen Trainern aus eurer Gegend seid und am Community-Day zu tauschen und Trainerkämpfe oder Raid-Kämpfe auszutragen, dann schaut auf unserer Community-Day-Karte vorbei. Grenzt die Suche auf öffentliche Parks ein, um Orte zu finden, an denen am Community-Day üblicherweise viel los ist. Dort könnt ihr dann nicht nur ein wenig frische Luft schnappen, sondern auch mit anderen Trainern aus der Community zusammenspielen. Wir hoffen, dass die Karte allen nützlich ist, die auf der Suche nach Mitspielern sind. Ich glaube, in Hibu gibt es sie bestimmt nicht. Beliebte Orte werden nur zu Informationszwecken angegeben. Naiennik organisiert keine offiziellen oder inoffiziellen Veranstaltungen an diesen Orten. Müsste man nämlich wieder anmelden, ist wieder verboten. Bitte beachtet beim Spielen, ja, ja, Behörde, ach ne, nix, nix Behörde, Gesundheitsbehörden, was? Achtet auf die Umgebung. Sticker, ihr erhaltet Event-Sticker, wenn ihr Pokestops dreht oder Katzen auf esst oder Geschenke öffnet. Auch im Shop sind diese Sticker erhältlich. Ich brauche die wahrscheinlich nicht. Ich meine, der sieht ja eigentlich ganz cool aus, wie der hier smasht. Wie der seine Burger smasht, aber ansonsten war es das. Also, für mich jetzt nicht der spektakulärste Community Day, obwohl ich das Pokémon eigentlich richtig cool finde. Brokkoloss ist auf jeden Fall ein Brocken. Aber ich brauche keine Bonbons, ich brauche keinen Hunderter, ich brauche keinen Shiny. Ihr braucht vielleicht noch, schreibt mal rein. Freut ihr euch? Wie findet ihr den Sea Day? Habt ihr Bock? Wo werdet ihr spielen? Wie werdet ihr spielen? Ich werde drei Stunden streamen, denke ich mal. Gerade, weil ich den Tag davor ins Legoland fahren muss. Fünf Stunden hin, fünf Stunden zurück, zehn Stunden dort. Es wird die Hölle. Und nächsten Tag dann einfach nur drei Stunden sitzen und chillen. Das ist meins. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.